Hallo, da sind wir wieder mit Dead Space 3. Wir fangen da an, wo wir wieder aufgehört haben. Wir besuchen jetzt unser Shuttleiner. Shuttleiner? Was ist das hier schönes? Ach das ist der Anzugmaker, alles klar. Der Anzugmaker. Das ist nicht der Maker, das ist der Anzugchanger. Nein, das ist ein Maker. Da kannst du Sachen machen, also ist das ein Maker. Ich hab mal eine schöne Brühe gemacht, das ist viel wichtiger. Eine Brühe? Eine Brühe. Oh, du kannst 1, 2 oder 3. Welche willst du? 1, 2 oder 3? Dann nehme ich Y-Bob. Okay, 1, 2, aber die 3 ist zu. Nein! Also ich würd sagen, wir fahren nach oben. Shit, das ist hot. Ja, aber die Linie, die gehen nach unten so. Chuuu. 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 Aber, aber, aber guck dir das da genau an. Wenn du dahin guckst, das geht immer nach unten so. Wiii, und dann nach oben und so. Ja. Alles klar, rein hier. Verbieg dich. Wo ist das? Ah. Oh. Oh. Diese scheiß Türen, Alter. Die schreien so rum. Die Türen schreien. Ja. Die machen immer so gewaltsam. Puuu. Oh, hier ist ein Traumfänger. Ich hatte auch mal einen. Ich krieg das nochmal irgendwann hin mit diesen zwei Tasten. Was ist das hier? Achso. Chips Rekorder 1. Alle Bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retro-Schub aktiviert. Wow. Ruhig braun. Retro. Das Laufboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terranova geflogen sind. Okay, ich darf hier irgendwas hacken. Ah, ein Hackma. Ein Hackma. Also, ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Oh, du hast eine Gerüche bekommen. Alles klar. Okay. Hä? Da guckst du, wie so ein Vollidierer auf dem Bildschirm. Ich glaube, ich habe was hinbekommen. Oh. Ich glaube, ich habe was hinbekommen. Oh. Ich glaube, ich habe was hinbekommen. Ja, aber wir gehen nachher nochmal zurück, oder? Weil da die anderen Abteile noch angucken, oder? Ja. Vielleicht müssen wir das hoch rein. Ja, ich weiß ja nicht. Ja. Weil so viel überspringen wollte ich nur auch nicht, ne? Ja. Bisschen neugierig... Bisschen neugierig bin ich nur auf. Ja. Apro neugierig, ne? Ich hätte echt Bock... Auf? Aber nein. Ein ordentliches Faible. Nein, Faible gibt es nicht mehr. Nein! Oh, Gelee. Das wäre vielleicht ein Insta-Bai, finde ich. Aber nö. Oh, hast du gelernt? Ja. Auch gleich aufgemacht. fragt. Starblaster! Alter! Das war jetzt welcher Schatz. Hab das zu ernst. Jo? Leck mich am Arsch. Hier ist das Spiel schafft es mich ein wenig zu erschrecken. Nur für die Zuschauer. Ich hab's relativ laut, also... Vom Partner blockiert. Du musst zu fett. Du bist aber so langsam. Ah, hier wird schon wieder blutig, ja? Okay. Nein, nein, das ist Rost. Alles Rost. Alles klar, Rost. Oh, okay. Ah, da kriegen wir dann lieber Freunde. Ja? Oh, hast du das? Ja, ich hole ihn. Er ist weg. 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 Es ist auch besser so. Wir sind hier ein Knie. Mit. Wie groß? Oh. Ich hole dich auf, ich hole dich auf mit der Heldträge. Was denn? Na, wollen wir uns doch mal unten angucken. Ich bin mal so frei. Äh, okay! Nein! Was denn du? Hoch, runter! Lass mich... Ich wollte mich eigentlich nur umdrehen. Oh! Geiler! Wo noch einer? Verrückt euch! Alter! Alter! Ja? Pfff! Noch einmal? Ohne Fahrzeugschein hier? Okay, ich versuch... Ja! Oh! Ist okay, Felix! Ah, ich geh nur sicher. Ich mag die Dinger. Ich auch nicht. Mal nachladen. Wunderschöne Waffe. Ah, es ist Schissbekommen. Zwei Ficherofliktionen schon schon retten. Naja, natürlich. Was glaubst du denn? Woah! Nein! Blöde! Blöde! Kopze! Go! Oh! Kann weitergehen. Gibt's hier noch was schönes? Nein. Aber irgendwie kann man hier bestimmt leider fliegen oder so. Ach so, vielleicht die Festzeit, da hast du recht. Ja! Ja! Du musst dir den Magic nennen! Das ist natürlich schlau! Ich weiß, du bist nicht schlau. Was? Ich habe da was überhört. Es ist schlau. Tut mir leid. Heile dich mal! Darf ich jetzt wieder vorgehen oder was? Ja, du darfst. Ah, danke. Oh! Oh, oh! Was bist du denn? Haha! Ein alter Sucherbot! Ipad! Kann ich das behalten? Ah! Süß! Okay. Drücke um den Sucherbot auszurüsten, okay? Aha! Das ist ja interessant. Ah, okay. Mit Anvisieren kriegst du so ein Radar und kannst dir Teile suchen lassen. Aha, aha! Man sammelt da riesige SOS. Naja SOS. Na los, mein Kleiner, such was! Steuerkreuz oben, ne? Ja, hier ist... genau. Ja, hier ist du auch mein Kleiner! Was denn? Jemand, ja. Marmelade! So, aber... Ist hier noch mehr? Ich weiß nicht, wo ist meiner? Ach, da oben ist noch eine Kiste. Hau, wie? Wir suchen jetzt. Achso, den haben wir immer dann, oder was? Ja, da kommt irgendwann... Irgendwann... Kiste, glaube ich, ne? Mal einsammeln, kannst du jetzt nicht. Ah, okay. Na gut. Lass dich mal suchen, wir gehen hier mal weiter. Ja, warte! Ich hab hier jetzt noch eine Kiste. Achso. Entschuldigung. Ah, sorry, aber... Wir brauchen jeden Schwarz. Das stimmt. Fehl dich mal! Okay! Wir brauchen jeden Schwarz! Ein anderes! What? Uh, ja. ja das war es ich weil ausrüsten oder anwählen kann ich diesen komischen sucher bot jetzt nicht mehr nö den setzt man da aus und er sucht es ja gut, dann lass ihn grinsen, such da halt, ah schnell aber ich geh mal vor dass er ist ja, dass er ist aber der hatte einen hauch explosiven Pickel am Arm nein und ein bisschen Munition das war ein Munition-Armfeld uah warte warte äh halt nur äh, ja Möge Manann, Schiff, ich schon mal kaputt! Möge 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 Gefällt mir. Was ist denn der Hydraulikantrieb? Ausprobieren. Immer auf. Klack klack. Ich hätte vielleicht noch mal etwas reinbauen sollen. Step. So. Katina. Weiter um eins. Jo. So. Munitionssammler kann man sich bauen. Hm? Ja, wenn du auf die Waffe auf Erweiterung drückst und Erweiterung herstellen, dann kannst du... Warte. Logischerweise. Und noch ein bisschen Halt leider, dann kann ich mir eine Schrotwinde bauen. So, wo meinst du? Wenn du jetzt auf Erweiterung drückst, ja genau, und dann neue Erweiterung herstellen. Ah, Munitionskiste. Ah, nett nett. Aber ich hab nichts. Ja, ich könnte was bauen, aber ich spare das, Max. Ja. Ja, ich will die Schrotze haben. Oh, vier Schuss. Ach Gott, nee, nee. Ich musste mal wieder ran. Ja. Aber irgendwie so eine Laserwaffe, äh, so ein Laserschwert, das gefällt mir nicht. Dann nehme ich lieber den Militärantrieb. Okay, das ist... Standard-Spitze. Okay. Keine Teil. Epp. Dipp, dipp, dipp. Mit der Kombi fahr ich ganz gut, muss ich sagen. Die ich derzeit habe. Ja, ich probier's. Wischi-waschi. Wischi-waschi. Ah, nix wischi-waschi gegessen. Man müsste die Waffe so testen. Okay, schade. Nicht zu deinem... Sag schnell. Ich dachte, man kann die... Ich beschäftige mich so lange mit dem hier. Der hat leuchtende Augen, Alter. Und ein Mund. Das sieht gleich sehr freaky aus. Banane, Banane, Banane. Ja, ja, das... Ja, das ist ein Laserschwert. Ja, das ist ein Laserschwert. Äh, egal. Genau. Let's fetz. Ah, ich wüsste jetzt gern, wie du die Waffe gebautst mit schweren Ra... Ja. Hä? Einmal kann man auch im Unterschied los. Und schweren Ra... Nutzen sind schweren Waffen vielleicht. Jetzt lass sie dich von den Dingern töten. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hasse Spinn. Du bist ein Kakerladen. Achso. Hallo? Okay. Achso. Jo, ja. Ich muss noch mal schlippen. Alter, jetzt klappt er mal tot. Boah. Ja, jetzt muss ich den Kasteln. Ich muss so sterben, Fischer. Oh oh. So viel Money habe ich nicht mehr für meinen großen Bummen. Nur beweg dich. Was machst du denn da? Das ist ein bisschen doof. Was... Was machst du da? Ja. Okay. Alles andere, was hier oben liegt. Ich habe hier vielleicht einen Graphic Bug. Ah, schon besser. Sieht besser aus. Also bist du ein Bug? Bug, Bug, Bug. Nee. Hier ist... äh... Money, ja? Hast du irgendwelche Probleme oder so? Nee, ich... Ich komme mir gerade nur wegen den Waffen irritiert. Verrückt, okay. Äh, Upgrade Platina. Oh, nice! Oh, das ist... sexy. Das ist cool. Das finde ich in der Tat auch ganz gut. Okay, weg! Das ist gut so, Mann. Oh, wer ist denn hier? Was? Ich muss Hilfe? Oh, okay. Ja, okay. Oh, okay. Oh, ich habe... Drück den Knöpchen! Willst du mich wieder? Oh! Schick direkt! Helfen Sie mir, Helga! Alter! Oh! 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 Heilen nicht vergessen! Oh, seh! Jetzt ist so lange zu nachhause. Dominus! Oh! Das ist leider so. So, was ist das hier schon, dass... Zu buchen? Ja, zu buchen! Okay. Tschüss! Aha! Zugkollision registriert! Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen! Okay. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an! Auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020